Hallihallöchen! Willkommen zurück zu... Auvergum! Auvergum! Im Weltraum heute! Willkommen zurück! Gastmoderatorin Mimma! Hallo, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut und Ihnen, Hauptkommentator... Mir geht es auch prächtig! Was gibt es heute zum Essen? Es gibt Suppe! Einmal die ausgefallene Champion-Suppe, die man auch jetzt zubereiten muss. Mit denen fangen wir mal an. Dann noch die erlesenen Weinbergtomaten aus der Schweiz. Also Schweiz. Und die scharfen, ungerüsteten Röstzwiebeln aus der Walachai. 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 Ja. Okay. Na gut. Nein, aber Walachai kann alles sein. Also auch überall. Genau. Hops. Ja. Na komm her. Ja. Na komm her. Na komm her. Ja. Ja. Du bist so, wenn wir in den Tellern müssen wir halt gucken. Weil eigentlich sollte ich die auch rüber nehmen oder? Ja stimmt. Soll ich die mitnehmen? Bringen wir in den Teller rüber bitte. Brauchte ich es zum Beispiel nicht. Einer reicht das Erste? Ja. Weißen Sie, falls es besser wäre, wenn ich hier wirklich die Zutaten gebe, die du brauchst, oder? Alles. Einfach alles. Ja, jetzt wird es irgendwie besser. Alles gut, alles gut. Zeile, ach ja, Zeile, okay. Wir werden es schaffen. Wir werden diese Suppen besiegen. Wir werden das Klicken von Kontrolle hören. Entschuldigung. Ja, alles gut. Nein, nein. Ich muss mal abwaschen. Ich muss halt abwaschen. Ja. Ja. Auch noch. Tomate fehlt noch. Ich muss mal kratzen. Ich hab Zeit, ich glaub ja, ganz okay in der Zeit. Ich hab Zeit, weil ich in der Zeit bin. Ja. Und wenn ich außer Zeit bin? Dann bist du... Ich bin halt ein bisschen zu früh oder zu spät. Nachdem wir in die Richtung. Okay. Keine Ahnung, ob wir sitzen, wir haben das aber egal. Egal. Ach so, oh. Irgendwas packt. Oder so. Oh, egal. Da ist alles falsch. Was ist das hier? Vielleicht? Ja, freut ich. Ne, warte, ich brauche. Zwiebeln brauche ich. Ja. Wißt du? Kann ich mal, brauchst du auch da hinten. Kann ich mal, das mach ich schon. Kann ich schon schnippeln? Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Bis zum bisschen zu episch ist. Ne, ne, das passt schon. Ja? Gut. Oh, das passt schon. Okay. Ich mein, es ist schon sehr episch! Wenn die Roboter und ein Dino zusammenarbeiten. Im Weltraum. Im Weltraum, um Suppe zu machen. Mhm. Suppe. Mhm. Da, ne, ne. Oh, ich bin irgendwie. ich will mit so ist es jetzt gut oder schlecht gewesen sehr gut anscheinend also eigentlich ging eigentlich so wir sind jetzt aber wenn du guckst mal auf die sterne die werden schon ein bisschen schneller früher hatten mir doppelt so viele sterne ich bin schon weggefahren jetzt haben wir alle sterne hätten so das sieht noch und ich mache die trotten übergeben das ist die schnippler und ich habe die anderen du musst kochen nachschnittsfüge das sind Püße du musst mir die Tür aufmachen Du musst mir die Tür aufmachen. Na, durch. Dann musst du mir die Tür aufmachen. Gut. Halten. Okay, geh schnell. Okay, Pilze jetzt. Ja, ich hab's hier. Passt mir kurz auf. Ja, das sind drüben. Kannst du auch machen? Ja. Auch festgebracht. Und du musst abgeben. Durch. So. So. Schmeiß hin. So. 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 Mach mal Pilze. Wie viele Teller haben wir? 2, glaube ich. Ja. ich denke ich die gehen schon noch mal aber ja jetzt aufmachen Warte. Okay, aufmachen. Oh, einer hat mich durchgekickt. Aufmachen. Okay, mach lieber erst. So. Äh, Zwiebel. Ah, bist du? Entschuldigung, ich musste schnell. Moment. Okay, das ist echt schwierig. Oh. Okay. Ich mach mir kurz auf. Noch waren wir noch... Tomato. Warte, mir kurz auf. Ja. 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 das war nicht viel kann es sein das ist schwer die sollte man sonst machen die sind ein bisschen grün ja aber was was wir haben keine 70 Punkte ah ja 30, 50, 65 65 wir haben genau ne wir haben 68 okay 5 5 oh ein Ritter Kevin Kevin lass Kevin schlafen ich singe ein Schlaflied das ist schön wo ist ein Pinguin? Hallo ihr seht toll aus ok sprecht den König an sprecht den König an ihr habt das ja schon wunderbare Arbeit die Bestie regt sich und ihr seid bereit für die letzte Prüfung in jedem Reich gibt es nun eine letzte Herausforderung die bewältigt werden muss und betrefft diese Küche und ihr werdet bereit sein euch der Bestie zu stellen viel Glück Kleine Frau meine Kleine Frau ok ok gut mal die erste schau mal also wir haben noch 1, 2 Level sind dort da sind noch 2 Löffel hier unten waren 2 3 4 und da hinten dann 5 5 ja das ist total danke schön danke schön hat die angesteckt nein aber vielleicht ich bin noch witzig krank ok vielleicht hat was ja der geht's gut naja der geht's gut das war's schon das ja nur 2 Töpfe ah warum muss ich hier rein oh ich hab Mist gebaut oh was machst du da oh man kann's retten gut tada ja du musst dich abwaschen yeah wir gucken irgendwie nie wie viele Punkte wir brauchen ne ich hab vorher geschaut ich hab's schon vergessen ja Kogeln äh wieso oh wow oh voll schon was soll ich jetzt machen gar nichts ich hab jetzt gar nichts zu tun ich hab jetzt gar nichts zu tun ich sieh es auch wo kein mal sind du ja du siehst du auch äh äh jetzt hab ich ach so jetzt hat's auch getan den topf als auch dort was heute kann ich dir vielleicht die kanäle bitte drauf machen das ich bin sehr schnell ich bin sehr schnell nein ich hab mich geworfen ich hab auch schon jetzt hier gegen störe ich ein bisschen okay ganz weiter Super, fertig. Ah, ich durche mal. So. Mir egal, schnell weiter. Toll. Hier ist die so ein bisschen verratzt. Ich geb jetzt von hinten ab. Von hinten ab. Oh, kann ich schießen. Jo. Muss man mit schnell drauf bauen. Mach ich doch. Achso. Was geht? Was ist da? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. kack, kack, das. Nein, nein. Nein, nein. Noch einer, noch einer, noch einer. Nein, nicht zwiebel. Kass. Ich spiel Fuku. Aber das reicht nicht. Doch, doch, doch. Oh. Okay, okay. Nee, wir haben genügend, glaub ich. Wir haben, glaub, genügend. Ja. Könnt ihr mal? Wir sind gute Kirche, kann es sein. Sag das nicht so früh. Nee. So, das war jetzt hier Welt 1. Jetzt kommt Welt 2, aber erst in der nächsten Folge. Oh. Ja, ist schon, tut mir leid. Puh, das ist... Macht Spaß, ne? Gut. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Wenn ja, hoffe, dass es euch Spaß macht. Wenn es euch Spaß macht, hoffe ich, dass es euch Spaß macht. Genau. Dass wir nächstes Mal auch dabei sind und dass wir eine Kontrolle ausgemacht haben. Oh, so, ja. Ich will immer sprinten, aber hier, der Kreis ist raus und X ist wieder rein. Achso, ja, sehr. Na gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und... Ups. Entschuldigung. Okay, mach Zeit nicht. Ich schaff nichts mehr. Nein, warum... Nein, nein, warte. So, okay. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.